Eins, zwei, drei! Sleepy Mario und Luigi schauf! Nachbarn ist nicht so einfach. Mario, was ist das? Wollen wir etwas nicht so machen? Wir können Nachbarn sein, oder? Nachbarn? Hm, ich weiß nicht. Kannst du selbst entscheiden, wenn du möchtest, dass du woanders gerne wohnt, dann kannst du. Du musst auch deinen Koffer einpacken. Oh, ja, stimmt. Ich bin fertig, Mario. Und ich gehe, ich suche ein neues Haus, okay? Ja. Tschüss! Du kannst auch bei mir besuchen, oder? Ja, Mario, tschüss! Ich wohne hier. Hier ist mein Platz. Hm, ich wollte gerne meinen Bruder besuchen. Das mache ich auch. Hey, Luigi, ich wollte bei dir besuchen. Mario, jetzt nicht, ich schlafe. Hm, hier ist Gemüse. Okay. Okay. Ich wollte gerne an diesem Stall Luigi gerne besuchen. Ding, dong! Wer ist das? Ich gehe mal nachsehen. Bowser, was mach... Äh, Telefon, Mario. Ach, ich vergesse das Telefon. Aber was willst du denn hier? Ich wollte... Ich brauche da eine Hilfe. Wo ist Luigi denn? Ha, ha, ha. Oh, du heißt kein Luigi? Nee, das ist für dich. Bowser, das ist gemein. Luigi hat sich selber umgezogen. Jetzt ist er mein Nachbar. Boah, kapierst du denn endlich nicht? Ja, aber Nachbar zu sein, ist doch gar nicht einfach, oder? Ja, das weiß ich, Bowser. Also, geh weg. Tschüss. Na gut, ich geh. Tschüss. Ich geh weg. Tschüss. Ich weiß nicht, warum Luigi sich umgezogen hat. Vielleicht mag der das. Ah. Diesmal kommt er wieder beim Mario-Wohnen bestimmt. Meinte ich wirklich. Ernst. Yoshi, gut, dass wir zusammen wohnen, oder? Hm. Todd, ich weiß, dass wir für immer zusammen wohnen. Hm. Ich muss einmal zu Mario gehen. Na, lass mich einmal versuchen, Yoshi. Yoshi. Okay, mach mal. Ding dong. Hey, wir konnten noch einer sein. Hi, Mario. Ich hab gesehen, dass Luigi weg ist, oder? Er hat sich umgezogen, Mensch. Oh. Hat er sich wirklich umgezogen? Will er das? Ja, und geh weg. Geh zu dein Yoshi. Ja, okay. Tschüss. Wui. Ich wollte, dass Luigi gerne bei mir hier wohnt. Es ist nicht so einfach, allein zu sein. Ich vermisse meinen Bruder. Ich vermisse alles. Diesen Abfluss da. Boah, es britscht mich nassert. Die Lein. Jetzt zum TV. Jetzt hab ich genug. Ich guck, ich komm nie wieder in diesen Haus. Ich geh wieder zurück bei Mario umsehen. Ich würde packen. Eingesetzt. Mario. Ding dong. Luigi. Hi, Mario. Ich möchte wieder bei dir umziehen. Dann wohnen wir wieder zusammen, oder? Yay. Schön, dass du bei mir wirst. Yeah. Ding dong. Mario, ich wollt. Hä? Ey, Luigi ist wieder da. Ja, Mann. Dann tschüss. Oh, wenn du da bist, dann geht Bowser von allein weg. Oh mein Gott. Yoshi, sieh mal. Luigi zieht wieder zurück bei Mario. Oh. Klasse. Ja. Und so wohnen wir für immer zu zweit. Das war's. Und jetzt kommt noch ein Mario-Film. Nippie, Mario und Luigi schauf. Yoshi gibt Gas. Was machst du denn da, Yoshi? Ich geb mir Gas. Aber Gas zu sein ist nicht einfach. Vielleicht brauchst du ja auch gar nicht Gas geben. Du hast schon eh Gas. Aber ich will mehr Gas geben, damit ich Super-Huhr habe. Klasse, oder? Du weißt, dass es klasse ist. Dann mach einfach weiter. Ja, ich mach weiter. Zum Glück wollte ich gerne bei Mario. Jetzt schließe ich den Fernseher an. Oh mein Gott, das ist echt geil, oder? Mario, Luigi, ihr würdet mir dabei helfen. Mario. Was? Wie können wir Yoshi helfen, damit er Gas gibt? Manchmal hat... Yoshi wollte auch gerne Gas eben mit einem Ausrufe zeichnen. Ausrufe zeichnen geht gar nicht. Würde ich denn machen? Was ist denn gerne? Nein, also Ausrufe zeichnen. Hilfe Yoshi auch Gas geben. Ja, aber wenn man... Ja, da kann er auch Bowser besiegen. Yoshi, wir sind einverstanden. Wir können dir helfen. Hey, Yoshi fühlt glücklich. Okay, Yoshi. Wir helfen dir. Aber wenn du auch Gas geben möchtest, dann musst du auch viel trainieren. Dann hast du viel Gas, okay? Ja, Luigi. Okay, eins, zwei, drei. 25 Sekunden später. Ich bin fertig. Ich habe Superpower. Ja, ich kann jetzt sofort Bowser besiegen. Einfach. Wenn Yoshi Bowser besiegen möchte, dann kann Yoshi... Dann ist Yoshi der absolute Hammergeil. Hoffentlich wollte ich Yoshi gebrauchen können. Aber Yoshi kann es allein. Dann können wir gar nichts. Geil, oder? Dann hat Yoshi so viel Power. Nicht wahr, Yoshi? Ja, natürlich. Und jetzt... Schön, Gott. Dann die Pingi. Hey, Bowser. Was kannst du denn hier zu suchen? Hä? Yoshi? Du hast viel Gas? Ja, ich mache dich fertig. What the... Jetzt kommt das Pups an. Mario, das war echt total geil mit Yoshi, oder? Ja. Hä, wahr? Ähm, du könntest laut sagen, Luigi. Ja, blick!